Wie war die New York Comic Con? Was gab es dort alles für Announcements? Und wir schauen uns natürlich auch die bevorstehenden Drops an. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen zurück zu einem weiteren Video heute hier auf meinem Kanal. Ja, es ist mal wieder schön hier auf jeden Fall auch ein Video für euch zu produzieren, nachdem ich nun auch von der New York Comic Con zurückgekommen bin und auch ein bisschen hier angekommen bin, wieder zu Hause. Und ich würde sagen, dementsprechend starten wir auch direkt in die News einmal rein. Und wir schauen uns als erstes an, was gab es denn eigentlich für die Level 100er, die ja auf der New York Comic Con waren. Und da gab es nämlich eine Art Award, wie man das jetzt hier sieht. Und das finde ich tatsächlich ziemlich, ziemlich cool gemacht. Mir wurde auch nochmal bestätigt, dass das Ganze auch wirklich von den meisten Leuten sehr, sehr positiv angenommen wurde, die diesen Award bekommen haben, was ja auf jeden Fall auch schon mal gut ist, dass diese Leute happy damit sind, was sie bekommen haben. Das Besondere hier ist auch nochmal, das Ganze ist individualisiert und auch noch hier unten, wie man vielleicht sieht, signiert von David und auch Dan persönlich. Ich finde es auf jeden Fall ein cooles Geschenk. Ich glaube, man hätte da bestimmt noch sehr, sehr viel größere Sachen machen können. Ich denke aber auch, dass in Zukunft für die Level 100er noch sehr viel mehr passieren wird und es auf jeden Fall dementsprechend auch nochmal diesem Rang eine ganz besondere Bedeutung geben wird. Ich finde es super cool, dass es so anerkannt wird. Und ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema, nämlich auch direkt weiter. Die meisten von euch werden sich wahrscheinlich fragen, wie war denn eigentlich die New York Comic Con für dich, Käpt'n? Und dazu habe ich tatsächlich auch schon einen Livestream gemacht, eigentlich direkt am Sonntag, beziehungsweise ja am Sonntag, dem letzten Tag der Comic Con. Ich war persönlich nicht mehr auf der Comic Con, aber am Freitag und am Samstag und habe dementsprechend natürlich auch ein bisschen was mitgenommen. Es wird dazu auch noch einen Vlog geben, an dem ich momentan arbeite. Das Ganze braucht aber einfach ein bisschen mehr Zeit als gedacht. Wenn ihr euch also das anschauen wollt, meine Meinung wissen wollt, wie das Gesamte dort war, dann schaut auf jeden Fall sehr gerne im Stream vorbei. Ich werde ihn euch unten verlinken als Video und ansonsten auch gerne beim Stream von Vivi Versum, der gestern war, reinschauen. Dort habe ich nämlich auch nochmal so ein bisschen darüber gesprochen, beziehungsweise auch MyCollectibles war vor Ort und hat nochmal ein paar Sachen erläutert, beziehungsweise auch nochmal ein paar, ja, Meinungen abgegeben zu New York Comic Con selbst. Und dementsprechend würde ich auch sagen, schauen wir uns nämlich an, was war denn auf der New York Comic Con so alles los, so die wichtigsten Topics. Und zwar war das nämlich zum Beispiel einmal hier Corey, der bei Ebay im Livestream war. Und das ist wirklich cool, muss ich sagen. Hier wurden unter anderem, ja, Amazing Spider-Man Physical Bundles verkauft, beziehungsweise versteigert. Und das ist schon ziemlich nice, wenn man sich überlegt, das sind ja 8.655 Zuschauer und das sind ja jetzt ja wahrscheinlich keine Autonormalverbraucher wie ich und du wahrscheinlich da draußen, sondern Leute, die auf jeden Fall auch wirklich collecten, beziehungsweise ganz heiß drauf sind, bei Ebay irgendwas vielleicht Interessantes abzustauben. Vielleicht sogar der ein oder andere Whale, der hier vorbeischaut. Es können auf jeden Fall eine Menge, Menge Leute hier dabei gewesen sein, die daran tatsächlich auch Interesse haben. Von daher für mich persönlich auf jeden Fall super, super spannend, was hier Corey auch abgeliefert hat. Und er hat es meiner Meinung nach auch ziemlich gut gemacht, sehr professionell. Und daher bin ich auf jeden Fall super bullish, dass hier natürlich auch eine Kooperation mit Ebay in Zukunft aussteht. Da, ja, das tatsächlich ziemlich offensichtlich ist, wenn er hier auf der Ebay Stage ist, dass hier tatsächlich in Zukunft auch was kommen wird. Dann hatten wir noch eine weitere Sache, die so ein bisschen, glaube ich, auf der Neo Comic Con, beziehungsweise davor angekündigt wurde und zwar nämlich Dynamite, ein weiterer Partner von Vivi Comics, was ziemlich spannend ist, denn Dynamite ist tatsächlich gar nicht mal so ein kleiner Publisher. Wenn wir uns hier auf Twitter das Gesamte mal anschauen, knapp 70.000 Follower haben sie hier. Und das ist meiner Meinung nach gar nicht mal so schlecht hier für so ein Label. Und daher auf jeden Fall mega, mega gut. Man sieht jetzt auch gerade, es wird um Vivi Comics einiges gemacht. Denn nämlich auch mit dem Nächsten wird hier deutlich, dass auf jeden Fall Vivi Comics auf jeden Fall einiges machen wird. Der CEO von Vivi hat hier auf der New York Comic Con darüber gesprochen, dass es bei Vivi Comics bald eine große Veränderung geben wird, denn es wird ein Creator-Tool geben. Und der andere wird sich jetzt fragen, okay, was ist denn das überhaupt für ein Tool? Das wird Künstlern, kleinen Künstlern oder auch kleinen Labels erlauben, sich bei Vivi zu bewerben und dann ihre Comics auf der Plattform zu launchen. Was natürlich mega cool ist, da das natürlich auch kleine Labels anzieht, dementsprechend auch kleine Communities zu einer richtig großen Zusammenführt. Ich finde es auf jeden Fall eine super coole Idee und bin auf jeden Fall der Meinung, dass das auf jeden Fall dazu führen wird, dass wir auf jeden Fall eine Menge neuer Collector mit reinbekommen und natürlich auch eine Menge neuer Publisher, was im Endeffekt wiederum neue Leute dann in die Vivi App beziehungsweise Vivi Comics App zieht. Ich finde es super spannend hier die Thematik und wie sie auch das mit Vivi Comics aufbauen und weiterführen. Und kann einfach nur sagen, was die Thematik anbietet, bin ich super, super bullisch. Schauen wir uns noch weitere Sachen an, die hier aber vor der Neue Comic Con waren. Und zwar nämlich ein weiterer Assassin's Creed Drop. Ich wollte einfach nochmal ganz kurz darüber gesprochen haben, da ich den eigentlich schon ziemlich cool fand und wir tatsächlich so die erste, ja richtig gut aussehende Frau auf der Vivi App gesehen haben. Ich muss kurz das Video anschauen und ich muss sagen, mir hat persönlich dieser Drop sehr, sehr gut gefallen. Ich habe den jetzt zwar nicht mitgenommen, aber rein grafisch oder beziehungsweise bei dem, was sich da gedacht wurde, finde ich es einfach super gemacht. Und von daher hier auf jeden Fall einen Drop, den man vielleicht doch noch im Nachhinein kaufen kann. Ich glaube, er ist zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls noch nicht sold out. Das heißt vielleicht für den einen oder anderen hier doch nochmal auch eine Möglichkeit, den Drop mitzunehmen, falls ihr ihn nicht auf dem Schirm hattet, beziehungsweise ihn einfach vergessen habt. Kommen wir nun zum nächsten Drop und zwar der ist heute gewesen und zwar Venom Hashtag 17. Ich wollte es mal ganz kurz angesprochen haben, weil der Drop heute war und ich finde eigentlich das Cover hier schon ziemlich, ziemlich cool, beziehungsweise einige Cover hier. Und zwar der Drop war heute um 17.00 Uhr in deutscher Zeit. Wir haben hier, wie gesagt, fünf Cover auch wie immer gesehen. Ich finde, die kommen hier auch sehr, sehr stark gemacht, muss ich sagen. Und auch hier die Rare wie auch UR sind auf jeden Fall ziemlich cool gemacht. Ansonsten hatten wir hier eine Editionzahl von 3000 Stück, natürlich einen Listenpreis wie immer von 7 Dollar. Und ja, insgesamt meiner Meinung nach auf jeden Fall ein interessantes Comic. Auf Go Collect schauen wir uns das Gesamte auch nochmal an. Hier hatten wir bei einer 9.8 gerade mal 16 Grades und einen Preis von 100 Dollar ungefähr. Auf jeden Fall kein teures Comic, aber definitiv meiner Meinung nach, ja, schöne Cover mit dabei. Wenn man das natürlich mag, kann man sich das auf jeden Fall nochmal auf dem Secondary Markt kaufen. Und ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns den nächsten Drop an. Und zwar nämlich der Amazing Spider-Man Hashtag 569. Und hier am 29. Oktober um 17.00 Uhr in deutscher Zeit wird dieser Drop stattfinden. Wir werden hier außerdem natürlich wie immer fünf Cover sehen. Das Gesamte hier natürlich wie immer mit, ja, meiner Meinung nach relativ coolen Rare und auch Ultra-Rare-Covern mit dabei. Ansonsten haben wir hier die First Appearance of Anti-Venom mit dabei. Und natürlich wie immer einen Listenpreis von 7 Dollar und eine Editionzahl von 5000 Stück. Für mich persönlich auf jeden Fall auch kein Drop, den ich im Drop jedenfalls mitnehmen werde. Weil wir schauen uns mal ganz kurz die Daten an. Hier haben wir eine 9.8 gerade für 150 Dollar. Das ist einfach nicht gerade viel. Aber ich habe es eben schon gesagt, die Rare und auch Ultra-Rare finde ich persönlich ziemlich, ziemlich cool. Und dementsprechend werde ich mir die versuchen im Secondary Market relativ günstig zu schießen. Ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle auch schon wieder mit diesem gesamten Video. Wenn euch das gesamte Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall da draußen jetzt einen wunderschönen Morgenmittag, guten Abend und bis dann, euer Captain. Ciao, ciao.